Weihnachten steht vor der Tür und aus dem Grund haben sich der Ersatzteilehandel Stelig und ich überlege, wir machen nochmal ein kleines Gewinnspiel für euch. Gewinnen könnt ihr verschiedene Pflege und andere Produkte, die mir der Zweiradteile-Shop.de zur Verfügung gestellt hat. Schaut mal unten in die Videobeschreibung, dort findet ihr einen Link zum Shop und in dem Shop findet ihr alles, was sich für eure Simson braucht. Zu gewinnen gibt es insgesamt 5 Preise für euch. Auf Platz Nummer 5 hätten wir Mischöl, bevor man nie genug haben kann, ein Universalreiniger-Spray von Adenol und Elsterglanz. Auf Platz 4 hätten wir WD40 Elsterglanz und eine geile Simson-Tasse, damit ihr auch in den kalten Wintermonaten euren Kaffee aus einer vernünftigen Simson-Tasse in eurer Werkstatt trinken könnt. Auf Platz 3 haben wir wieder Mischöl, WD40 Elsterglanz und eine Tasse. Auf Platz 2 haben wir WD40, den Universalreiniger, die Tasse und Elsterglanz, wo ihr mit ihr auch das letzte bisschen Glanz aus euren Chromteilen herausholen könnt. Und auf Platz 1 haben wir einen Kabelbaum für einen 12 Volt Wapoumbau an eurer KR51-2. Passend dazu natürlich das Universalreiniger-Spray, damit ihr vorher euren Rahmen nochmal schön säubern könnt. Und um es dann perfekt zu machen, bekommt ihr auch nochmal Elsterglanz, womit ihr euren Gepäckträger oder was auch immer ihr für Chromteile habt, nochmal schön aufpolieren könnt. Diese 5 Preise verlose ich unter einmal an Abonnenten, die unter diesem Video einen Kommentar hinterlassen. Also einfach fleißig kommentieren und vielleicht habt ihr ja Glück. Ich denke mal, dass bei jedem von diesen 5 Preisen etwas für euch dabei ist und ich hoffe auch ihr freut euch darüber. Vielen Dank nochmal an den Zweiradteile Shop.de und vor allem vielen Dank an euch. Denn das hier ist mein letztes Video 2016 und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme. In letzter Zeit ist es etwas ruhiger geworden, was daran liegt, dass ich in den Süden Deutschlands gezogen bin, 5 Kilometer nahe an die Grenze von Frankreich. Und ich stand schon viel öfter an Frankreich, als ich eigentlich geplant hatte. Da habe ich mich gewundert, warum die Straßen dann auf einmal Rüde, was auch immer heißen, bis ich dann gemerkt habe, Hey, du bist schon wieder in Frage, du wolltest doch gar nicht so weit weg. Nächstes Jahr geht es dann genauso weiter wie dieses Jahr. Das heißt, wieder viele Projekte, die niemals fertig werden, wie zum Beispiel unser Minibike, unsere Custom-Schwalbe. Hinter mir seht ihr noch das rote Rad mit der Bremstrommel, mit der völlig ausgelutzten Bremstrommel, was ich dieses Jahr auf jeden Fall noch umspeichern werde. Die blaue Schwalbe hat man natürlich auch immer was zu verbessern dran und auch der Pick-Up geht immer wieder was kaputt. Und ja, das war's. Ich wünsche euch frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video im nächsten Jahr wieder. Ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel und ich sage Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut! Ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel. 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 Vielen Dank.